Upgrade! Upgrade, Freunde! Upgrade! Komm her! Komm her! Komm, 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 komm! Tschüss! Oh, fliege, mein Lieber! Fliege, fliege! Komm her! Yes, baby! Tschüss! Oh, woops! Genau, das wollte ich sehen. Ja, genau! So geht das nämlich auch! Fliegt, meine lieben Freunde! Fliegt! Genau! Sie müssten eigentlich alle ziemlich kaputt sein. Und vor allem der da! Oh, ja, 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 ja! Na du? Na du! Komm her! Komm her! Wirst du mich verarschen eigentlich? Komm her! Dann komm du her! Flieg nochmal! Oh, danke sehr! Danke sehr! Danke! Danke! Okay! Tschüss, meine liebe Dame! Damen und Herren, wir haben ein Problem! Wir haben Gartikpacks und untendige Angegner! Und Bolt ist alleine gegen 20 Millionen dieser verdammten Minen, Leute! Und dieses Mal krieg ich ihn! Dieses Mal krieg ich ihn! Aua, das tut doch weh! Sie hat mich gekontert! Okay! Wenn das so ist... Komm her! Komm her! Komm her! Komm her, Freundchen! Na komm! Na komm her, meine Liebe! Wuff! Würde ich sagen! Tschüss! Flieg! Freundchen! Flieg! Komm her! Tschüss! Oh ja! Komm! Genau! Flieg doch mal gegen den Elektrozaun oder was das ist! Ach, dich muss ich wieder... Komm her! Oh! Ah! Komm her! Tchuh! Fuck off! Das sind ja ein Haufen Gegner! Was ist denn hier los? Was ist denn hier los, Freunde? Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Kommt doch! Aua! Das tut doch weh! Komm her, mein Lieber! Komm her! Komm her! Komm! Na komm doch! Na komm doch! Was ist los? Kein Bock mehr oder wie? Komm doch! Oh, den Grämer da! Der versteckt sich! Der versteckt sich! Der versteckt sich! Den holen wir uns! Aua! Das tut doch weh! Lass meinen Hund ihn los! Lass ihn los! Loslassen! 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 Komm her! Komm her! Du! Okay, wir machen das anders! Tschüss! 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 Genau! Da, 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 da! Na? Was ist mit dir eigentlich da oben? Oh, fuck off! Na, was ist... Oh, den haben wir... Weckge-Grafik-packt! Okay, hier ist ein bisschen... Oh, fuck off! Das Spiel ist ein bisschen buggy, wie es ausschaut! Tschüss! Tschüss! Genau! Genau! Dahin! Tschüss! Ist da von diesen Gittern noch so viel da? Komm her, mein Lieber! War's das? Alles, was ihr habt? Okay! Ich brauch noch ein bisschen Auflade-Dingsbums! Danke sehr! Und da freut sich's hier! Da ist ja noch wer! Na, was ist mit dir? Was ist mit dir? Na, was ist los mit dir? Na? Wie lebt ihr so? Flieg! So, was gibt's hier eigentlich sonst noch zu machen? Ist ja nix mehr los, bis es ausschaut! Oh, wir könnten einfach reingehen! Und ich kämpfe hier drei Stunden ohne irgendwas! Wirf als Benni eine Betäubungsgasmine auf Feinde, um sie auszuschalten! Verbrauch Energie! Natürlich! Ist doch alles klar mit Buffy! Hi, Benni! Oh, ich darf Benni steuern! Cool! Krasse Sache! Coole Sache! Ah, ja! Das war die Mine! Das war der Unsichtbarkeits-Zeugs! Cool! Cool, 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 cool! Na, kann ich irgendwas machen hier? Na, Benni? Benni, hilfst du mir mal kurz? Okay, hier gibt's nix! Tschüss! Ähm... Ach, fuck off! Weißt du was? Komm her! Komm her! Tschüss! Komm! Friss das! Ciao! Naja, die gehen ein bisschen schneller, wie's ausschaut! Ähm... Warte mal! Oh, hier kann man die Tür öffnen! Aber die würde ich auch noch gern ausschalten! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Tschüss! Wie ist das? Warum ist Benni OP? Warum ist denn Benni OP? Muss das irgendwer verstehen? Tschüss! Naja, egal! Sie ist stärker als der Hund! Vielleicht bei ihr! Vielleicht kann man ja für sie auch irgendwas machen! Ja, erstmal Kisten kloppen natürlich! Kisten klappen, Kisten klappen! Und war ja hier ziemlich fleißig, wie's ausschaut! Wir können den Rest hier nur aufsammeln! Ich weiß hier noch, was gibt's! Ja, ein paar Kisten gibt's noch! Noch, was? Ja, noch ein bisschen Kisten! Und hier ist auch noch was! Und hier natürlich auch noch was! Komm her! Kisten kloppen! Kann ich hier hoch? Cool! Krasse sei sie! Krasse Jura! So! Natürlich könnte ich auch irgendwas anderes noch machen, oder? Boot hat ja schön aufgeräumt! Hallöchen, Benni! Dam, dam! Okay! Was muss ich hier machen? Nein, hier nichts! Hier vielleicht? Okay! Schaut nach einem großen Rätsel aus! Bin mir aber nicht zu sehen! Wo wird's denn fokussiert? Hier wird irgendwas fokussiert! Ah, ja! Oh, ja! Genau! Ist ein schönes Ding! Tschüss! Genau! Verliere ich dafür Energie? Wenn ich das so mache? Ich glaub schon! Na, dann sollte ich das vielleicht nicht so oft machen! So! Ähm! Ähm! Genau! Warte mal! Komm her! Komm her! Komm her! Komm! Hä? Ja! Genau das wollte ich, meine liebe Benni! Wir fahren hier noch ein klein bisschen mit Rollerplates herum! Mitten auf der Pipeline! Okay! Ähm! Ähm! Wie lasst man doch mal los? Genau! Äh! Ich würd dann da runter, oder? Okay! Komm her! Komm her! Fress! 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 Genau! Tschüss! Oh ja! So geht das nämlich! Und da! Rüber! Fress das! Aber Benni hat ja gar keine Lebensenergie mehr! Was soll denn das? Was soll denn das? Oder ist das doch... Sind das Energielevel? Na, okay! Wir können halt zumindest hier irgendwas einsammeln! Gibt's auch noch irgendwas? Was? Oh! Ja! Ein Energieappret! Wer will denn das nicht? Da! Das freut sich der Crazy! Da freut sich der Crazy! Mit der Benni! Wir haben ja ein bisschen herumklöseln! Wir haben auch noch was zum Scherstören! Immer was mitnehmen! Ich will nämlich die Energie hochpushen! Oh! Komm her! Oh! Fahren! Schönes Ding! Komm her! Komm her! Girl! Friss das! Runter! Oh yeah, Baby! Ciao! Krass ist das, oder? Was ist das? Die Energie, die wir verbrauchen? Ja, genau! Die Energie ist das! Ja, dann können wir ja hier hochkraxeln! Äh, das ist eine Leiter! Wieso können wir... Ich frag gar nicht erst nach! Ich frag doch gar nicht erst mal gar nicht nach! Ja, dann müssen wir einfach... Oh, okay! Wir haben ja einen wunderschönen Springkloß hier! Ähm, wie war das nochmal? Cool! Sprung! 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 Sprung, Penny! Sprung! Und hopp! Und hopp, hopp! Alter Schwede! Wir müssen mit Penny darüber! Also springen wir einmal... Hopp! Und hopp! Ach, du heilige! Penny, spring! Sprung! Spring! Spring! Oh, laddie, Waldfee! Spring! Und... Spring, spring! Und links und rechts und hopp! Und spring, spring! Ach, du wille, willst du mich? Wille, wille! Spring, Penny! Spring! Spring! Dann, dann, hopp! Und hopp! Und hopp! Perfekt, Penny! Hey, du hast es geschafft! Drücke die Leer, das ist, um die elektrischen Funken zu sprengen! Cool! Willst du mich verarschen? Vergauf! Oh! Brutz! Ah, okay! Jetzt habe ich es verstanden! Wir müssen hier Doppelsprung machen und... Äh... Äh... Okay, jetzt habe ich es verstanden! Wir müssen hier Doppelsprung und dann Vollgas runtergeben! Genau! So einfach geht das! Äh... Ich wollte eigentlich nochmal hoch kurz... Gibt es hier irgendwas? Kann ich hier irgendwas erlangen? Irgendwie Specials? Nö, schade, aber... Aber es ist schon lustig gemacht geworden... Gewacht geworden, ey! Eieieiei! Hey, ich kann hier rüber? Okay, hier kann ich rüber! Na, so... Hier gibt es doch sicher irgendeine Erweiterung! Na, was habe ich gesagt? Die Giga-Arena freigeschaltet! Cool! Dann würde ich mal sagen, gehen wir da rüber! Dann hoch! Oh, meine Penny! Meine, meine, Penny! Komm her, meine Penny! So! Zapp, zapp, zapp! Dann hochgelift! Juuu! Wir sind natürlich um einiges weitergekommen! Aber... Ich würde sagen... Wir werden es gleich beenden! Aber erst... Nachdem wir Penny hier weitergeführt haben... Flieg nochmal ein bisschen rüber, meine liebe Penny! Flieg noch ein bisschen rüber! Flieg noch ein bisschen rüber! Perfekt! Äh, runter! Drei... Genau! Äh, runter! Run... Alter! Genau! So, runter soll sie! Gibt es hier sonst noch irgendwas? Öh, schade! Da müssen wir noch weiter hoch, Penny! Da müssen wir noch weiter hoch! Tüh, hüh! So, yeah! Ein Stückwerk höher mit Vollspeed! Tüh, tüh, tüh! Komm her! Hoch! Friss das! Warum soll ich mir eigentlich anschleichen? Bringt doch gar nichts! Na, okay! Nein, komm, 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 komm! Komm! Mach auf! Habe ich doch gesagt, geh doch! Wir haben auch noch irgendwas! Okay! Und was kann ich hier machen? Okay! Was kann ich hier machen? Ähm, äh, äh, ähm! Penny brutzeln! Och, nö! Willst du mich verranchen? Och, nö! Na, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal! Euer GB Crazy ist raus und sagt, tü-tü-tü! Lass dich ja nicht Penny brutzeln! Tschüss! Tschüss!